So, wir gehen jetzt in die iShower. iGrill, die Company, die kennt ihr. Wir haben dieses Bluetooth-Wheel-Thermometer im Sommer mal vorgestellt, mit dem ihr quasi die aktuelle Bratentemperatur aufs iPhone übertragen könnt. Die gleiche Firma hat jetzt mit iShower eine Art Duschradio. Das ist ja aber kein Radio, sondern ihr habt die Möglichkeit, das zu 5 iOS-Geräte per Bluetooth zu verbinden. Ihr könnt euch das Ding nachher in die Dusche reinhängen und je nachdem, wer von euch gerade duschen ist, wer aus der Familie oder WG, kann das iPhone draußen liegen lassen und hört die Musik per Bluetooth-Audio-Streaming in der Dusche eben. Wasserdicht hat hier auch Möglichkeiten zur Fernbedienung, laut, leise, skip, pause, play und so weiter. iShower sollte demnächst auch im Internethandel erhältlich sein.